Mein Name ist Steffen Müller, ich bin Geschäftsführer von Rockland Radio. Mit dem Digital Day wollen wir unseren Hörern die neuen Möglichkeiten, die die Digitalisierung auch uns als Radio liefert, bieten. Wir haben hier eine Reihe von Innovationen geschaffen, beispielsweise Radio besser hören. Zum Beispiel kommen Sie öfters in Gegenden, wo Sie über UKW den Sender nicht mehr richtig empfangen können, über den digitalen Weg eine App runterladen, dann im Auto über Bluetooth kurzschalten und schon können Sie endlos lange Rockland mit sich im Auto führen. Es gibt darüber hinaus aber auch neue Programmangebote wie Best of Rock FM, die Sie über diese App auch zusätzlich zu unserem UKW-Radioangebot hören können. Darüber hinaus haben wir das Radio TV Rockland TV entwickelt. Auch hier können Sie das Radioprogramm verfolgen, aber mit Bildern, mit den Videos unserer großen Rockstars, aber auch wie die Moderatoren im Studio moderieren. All das können Sie sich zu Hause auf den Fernsehschirm legen, wie früher bei MTV. Soweit die digitale Welt an einem Tag im Programm von Rockland Radio verpackt. Der Digital Day. Machen Sie mit, schalten Sie ein, sind Sie dabei, hören Sie Radio noch besser.